Hinter dieser Tür erwartet uns wieder ein richtig dicker Boss. Schön, dass ihr wieder einschaltet und zugucken wollt bei Metroid Prime Remastered. So, ich hab volle Munition, volle Energie mit zwei Energietanks, also im Prinzip drei. Was soll schiefgehen? Boah! Ähm, oh oh, warte mal, kann ich zuerst schon? Nee, ich kann doch nicht scannen, Leute. Na, geh. Das, äh, sieht unbehaglich aus. Alter, haben die den cool gemacht, ey. Remastered richtig krass. Leute, was ist das denn? Fotosynthese-Monster? Flahagra. Diese mutierte Pflanze ist der Ursprung der Vergiftung des Wassers in den Ruinen. Flahagras Wachstum wurde radikal beschleunigt, daher benötigt es nahezu konstante Sonnenbestrahlung, um aktiv bleiben zu können. Durch diese Bestrahlung wurde Flahagras äußere Schale massiv und sehr widerstandsfähig. Sein Wurzelwerk ist jedoch ungeschützt und empfindlich. Nutze diese Schwäche, falls möglich. Gezielter Beschuss kann es für kurze Zeit außer Gefecht setzen. Sollte richtig gemein. Und ja, das ist nicht der einzige Scann. Man muss halt auch wirklich noch die Wurzeln scannen. Die gehören dazu. Und als separater Eintrag. Mann! Einer von Flahagras Tentakeln verläuft durch den schmalen Abflusskanal. Die Analyse deutet darauf hin, dass sich Flahagras zentrales Nervensystem im Zentrum dieser Anlage befindet. Okay. Also nicht auf ihn rufballern, Leute. Wir müssen gucken, wie wir das hier haben. So, wir müssen erstmal die Sonneneinstrahlung... Die Sonneneinstrahlung müssen wir eigentlich verhindern. So, ich kann ihn so, wenn ich Bock habe, halt betäuben. Um mich dann hier rauf zu konzentrieren, auf diese Spiegel. Guckt mal hier, Leute. Boah. Reflektor zum Umlenken von Sonnenlicht auf die Kreatur. Aber eventuell kann er außer Betrieb genommen werden. Genau, und da der so ein Kipp-Mechanismus ist, müssen wir einfach von der anderen Seite mit genug Kraft gegenballern. Ah, und jetzt schön mit der Bombe ein bisschen Entzündung geben. Aha, das war's leider noch nicht. Das Vieh sieht cool aus. Der sah schon von Gamecube cool aus, aber jetzt nochmal so richtig abartig, Leute. So, warum es sich lohnen kann, ihn eventuell zu betäuben. Die Musik, ey. Ist nämlich, weil der Typ, wenn wir jetzt haben, wir ja zwei Spiegel. Und der Typ klappt die Spiegel auch gerne mal wieder zurück. Das heißt, Spiegel ist auch ein Konnektor. Voll gemein. Einmal wieder umgeklippt. So, okay, warte mal. Bumm, bumm, bumm. So, ich will, dass der mal wieder betäubt ist hier so ein bisschen. So, okay. Vielleicht ein bisschen schneller. Hey, das hat sich auch gegenüberliegen, richtig gemein. Oh nein, er ist wieder wach, Leute, erst mal. Verdammt, 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 schnell. Hat geklappt, aber welche Wurzel ist jetzt weg? Okay, alle gehen weg. Gut. Ja, 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 ja. Oh Mann, er hat jetzt drei Spiegel und dann vier. Aber wer klappt denn die mal wieder um? Sitzt hier irgendwo aufs Spiel an so einem Kontrollhebel und switcht die mal wieder zurück? Oder haben die Wurzel einfach schon alles hier mitgenommen? Ja. Die hat auch einfach den Weg blockiert, wisst ihr, dass er auch seine scheiß Pflanzen da hinmacht. Wow, wow, wow. Ein bisschen ausweichen, ein bisschen ausweichen. Aua, aua. Wisst ihr, ob der jetzt schon immer wieder zurückklappt? Ja, ich glaube, Alter, ist ja jetzt nicht so aggressiv, dass man da so ein bisschen, äh, weil der bleibt ja nicht lange betäut, ist ja da ja der Dove. Ne, deswegen, wow. Alter, diese Sau. Sag ich, aber wenn ich einen betäut habe, dass ich denn, äh... So, okay, so. Geh schnell dahin, schnell dahin, Samus. Renn doch mal dahin. Die Mucke, ey. Und schu... Uiuiui. Uiui. Die Sonne, die fehlt. Uuuu. So. Hä? Wartest du ja bloß dreimal? Ne, da ist noch so ein vierter Ding. Da ist noch so eine vierte Brücke. Verdammt. Boom. Zerburnt. Aber jetzt noch mal die volle Sonnenstrahlung. Niiiih. Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt schaffe, ey. So schnell. Dini, duuuu. Dann mal so ein bisschen, mal ein bisschen mit Cheaten, so ein bisschen mal vorab getäuben. Wow. Und nur mit Vieh, ey. Gibt ja leider keinen Rennknopf. Mann, die olle Sau, ey. Dini, dini, dini. So. Na, na, na. Boah, das ist aber auch richtig gewildet, immer wieder umzuklappen hier, wa? Kann das sein, oder? So, jetzt ist er betäubt. Ach. Aber halt nicht für lange. Vielleicht kann ich ihn zwischendurch immer wieder... Ich muss ja einfach mal Raketen ballern oder so. Klunk. Das wird immer wichtig. Immer richtig schön mit voll aufgeladenem Chargebeam. Oh nein. Yeah. Okay, er hat's nicht gecheckt. Und das war's mit dem Unkrautmonster. So. Darf ich mal durch? Dankeschön. Und sagt Tschüss. Das war's mit dem Unkrautmonster. Ah, so gefällt mir das. Und boah, was schwebt denn da? Leute, es ist tatsächlich schon, also, es ist tatsächlich schon der Various Hut. So richtig früh gefühlt. Various Hut. Damit können wir dann schon in heiße Gefilde. Soll ich die Pflanze hier irgendwie noch zu gebrauchen? Die ist tot, Mann. Wir können abhauen. Na, da war doch ein Easy Bus. Das ist tot, Mann. Alter, was für ein Optical Upgrade. Very soon. Erhalten. Ah, sehr nice, Leute. Hochtemperaturbereiche sind nun zugänglich. Genau, schützt sehr schön. Also ein bisschen weniger Schaden sollte ich allgemein kriegen. Und ich kann halt jetzt echt in hitzebeständige Räume reingehen. So geil. Und neue Extras in der Galerie. So. Das ist doch schön. Laut Karte, äh, jetzt einfach geradeaus weitergehen. Und dann sieht es so aus, als käme ich wieder zurück in den Ursprungsraum. Um dann mal ein bisschen woanders noch hinzugucken. Die ganzen Räume, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Wie die Kammer da und so was alles. Ach ja. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch nicht so viele Experimentwege wagen. Obwohl, außer vielleicht hier lang. Weil hier haben wir ja gesehen, hier ist ein Energy Tank. Obwohl jetzt mein Plus ist. Mein kleines Minus da. Mein kleines Pluszeichen. Das probiere ich mal nochmal. Obwohl ich auch nicht weiß, ob das schon geht. Ich muss mal gucken. Hups. 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 Nein, es wird gleich Gebrauch gemacht vom Barrier Suit. Das wollen wir uns mal gleich hochtemperaturige Gegenden mal angucken. So. Hm. Toxische Analyse negativ. Wasser ist unbelastet. Das ist doch so schön. Oh. Hm. Aber ist ganz schön tief hier. Aber wenn man nichts sieht. Na toll. Okay. Unbelastet ist Wasser. Aber trotzdem will ich hier raus. Äh. Äh. Muss nicht baden. Okay. So. Vielleicht ist das später auch nochmal irgendwas. Irgendwas Geheimes. Wenn es so tief ist, das Wasser. Hm. Aber warum sehen denn nicht die Gänge so cool aus? Sind welche Inschriften? Kann ich noch was lesen? Leider nicht. So. Oh. Hier. Sehr schön. Ich glaube, das ist der letzte Energietank. Also eine letzte Energieparzille hier in der großen Energiekapsel erneuert. 100 Einheiten der gesamten Energie. In der Musik jetzt hoch. Eigentlich alle von ihr scanned haben. Alle Raketen-Packs und alle Energy-Packs. So, mehr Packs gibt's ja gar nicht, ne? Oh, was ist denn das? Um Gottes Willen! Das ist, äh, ein Impulsbomber. Auf elektromagnetischer Energie basierende Lebensform. Impulsbomber sind auf reine elektromagnetische Energie basierende Lebensform, weshalb sie den meisten Waffen gegenüber unempfindlich sind. Ihre Intelligenz ist wenig ausgeprägt und beschränkt sich fast ausschließlich auf ein instinktives Interesse an anderen Energiequellen. Sie kommunieren fortbewährende Elektrizität und geben während dieses Prozesses Überschussenergie ab. Diese hochenergetischen Segmente sind äußerst exklusiv. So, waren denn jetzt die Dinger, die, äh... Ja, genau, wenn man seinen Chargebeam auflegt, dann kommen die angesaust. Was war die denn? Oh, Energie, geil, geil. Ne, ne, hauen wir schon ab. Boah, Raketen gehen auch nicht, klar. Gut, okay, dann schummel ich mich mal dran vorbei. Man muss ja nicht immer kämpfen, ne? So, was haben wir denn jetzt hier? Ah! Aua! Toll. Ein neuer Gegner. Ja, guten, das ist ein, äh, ein Okulus. Auf Mauern heimisches, elektrisches, impulsabgebendes Kriechtier. Der Okulus zeigt sein einzelnes Auge, während er aktiv ist. Das ihn umgebende elektronische Feld hält die meisten Räuber von ihm ab. Spürt der Okulus eine drohende Gefahr, so zieht er sich in seine undurchdringliche Schale zurück. Dieses Verhalten schützt ihn vor fast allen Angriffen, die ihm in der talischen Wildnis widerfahren können. Ja, okay, ich, äh, kann hier wohl echt nicht abballern. Na gut, jetzt bin ich hier runtergefallen, Magnetschiene, aber ich soll hier auch hier runter. Kann ich eben die Bomben legen? Oh, shit! Ich, äh... Na, das soll eigentlich, glaube ich, nicht so gemacht werden. Uff. Naja, okay, was soll... Ah! Geht jetzt schon wieder Nester, Leute, Bienennester, Westennester, mch! So, haut mal ab, haut ab! So, bevor die nachkommen, erstmal alles zerstören. Er hat richtig viele Nester, was ist denn hier los? So, okay, jetzt kommt kein Nachschub mehr hier, Schweine. Na, was sagt ihr jetzt? Oh, der Charge-Beam, richtig cool. Einfach alle weggeballert. So, aber ich glaube, das hier ist auch erst später wichtig anscheinend. Guck mal, jetzt ist auch wieder so eine Tür. Also, zurückkommen ist erstmal nicht mehr. Hm? Aber dafür nochmal ein bisschen Geschichte. Shoso-Daten entziffert. Die Todesschreie des dahin siechenden Landes heilen in unseren Ohren wieder, während wir Shoso zu Zeugen werden, wie die große Seuche immer tiefer in das Lebensmarkt dieses Planeten sickert. Ihre dunkle Energie durchdringt Bäume und Wässer. Alles Leben verzehrend, friedliche Kreaturen sterben zu Tausenden. Einige Geschöpfe überleben, doch sie verfallen zu Ausgeburten des Bösen. Sie sind die Früchte jener Macht, welche vom Himmel stürzte. Die meisten dieser entstellten Mutationen bleiben zu klein, um gefährlich zu werden. Manche jedoch wachsen zu bedrohlicher Größe heran und gefährden unsere gesamte Existenz. Einer dieser Bäschen entweiht unseren heiligen Quell. Gift sprudelt aus ihrer verderbten Form. Die reinen Wässer von einst sind nun zu Kassaden eines schleichenden Todes geworden. Wir blicken in eine Fratze des Bösen. Alter Leute, geil! Erstmal sei der CD-Eier-Spielung geil. Dennoch erschaudern wir Shoso nicht in Furcht. Wir Shoso sind alles, was der großen Seuche nun noch entgegensteht. Und es ist unsere Pflicht, sie zu bannen und einzuschließen. Diese Fratzen des Bösen. So, war das ja eigentlich irgendwie, äh, äh, diese Wandverzierung aus Kordid weist kleinere Risse auf. Oh, kann ich, äh, ah ne, ich glaube, das war echt so ja später richtig, da muss ich glaube ich so ja mal richtig heftige Degen bashen. Okay, gut. Ja, dahinter sind nämlich so eine Symbole hier versteckt. Also wir können uns erstmal getrost um was anderes kümmern. Hoffe ich mal. Nehmen wir mal wieder zurückgehen und, äh, ah, der Fahrstuhl ins nächste Gebiet. Zutritt zu den nördlichen Höhlen von Magmoor. Leute, da will ich gerne hin. Aber ich gucke nochmal ein schnelles Blick doch neugierig, ob ich, wenn ich hier lang gehe, zu dem Energy Tank da komme. Dä-dä-dä-dä-dä-dä. So, hier ist es einfach nur, äh, äh, hier waren wir ja schon mal. Das ist dann bloß wieder eine Abkürzung. Oh ja. Hier will ich jetzt aber nur wirklich runterfallen. Wenn ich den Raum hier richtig interpretiere, sieht jetzt so aus, als wäre da halt ne, ne, ne Schiene möglich und wieder nötig, um hochzukommen. Ihr guckt mal ganz vorsichtig. Oh, ich hab Angst, dass ich irgendwie runterfalle. Ne, ich hab Angst, ich fall runter. Ich hab Angst, ich fall da runter. Das ist ja bloß ein Rückweg später. Gucken wir auch noch nach. So, ganz kurz mal schauen. Das ist, äh, dicker Tank. Ich will auch nur einen Energy Tank. So, ich glaube, das war mal ein bisschen schwierig. Das war äußerst schwierig. Ich muss mal gucken, ob ich es noch mal drauf hab. Äh, was zum... Ich will hier hoch, Mann. Boots. Boots. Danke. Ich bleib mal gleich am Ball. Boots. Alles hier schon zusammengefallen und zerschüttet einfach. So. Na, seht ihr. Und jetzt... Ah, ja, ja, ja. Ach ja, und sogar Raketendings. Ah, ich hab sogar zwei Sachen hier. Okay, dann wartet mal. Dann haben wir jetzt... Was haben wir denn hier, Schöne? Das hier, äh... Diese stählernden Tore blockieren den Zugang zur Mitte des Raumes. Zu einem Raketentank. Ja, den will ich mir aber gerne holen. Ja, jetzt muss ich gerne richtig Bombenjump machen, ey. Dies scheint der erste von drei Schließmechanismen zu sein, die das Tor versiegeln. Der Schließmechanismus ist aktiv, aber die Schlüsselöffnung ist durch ein Metallgitter aufgedeckt. Hm, aha. Das ist der zweite der drei Mechanismen. Der Schließmechanismus aktiv ist, äh... Okay, wird das immer das gleiche? Und das ist der dritte. Hm, jo. So, das kann ich mir später tatsächlich einfacher machen. Aber warum sollte ich? Was haben wir jetzt hier? Oh. Kleinere, doofe Gegner wieder, na gut. Boom. Oh, da muss ich erst mal Samus wieder aufleuchten. Ist hier so eine Ausgrabungsstätte oder was? Warum sind hier so komische leuchtende Erzadern? Okay, egal. So, nur ganz schnell. Ich will jetzt den Bus nicht runterfallen. Genau. Ich will nur das Ding hier haben. Neuer Energy Tank. Jetzt sind wir wieder hier, ne? Wollen wir aber nicht? Ne, ne, wir wollen den Fahrschul schon benutzen. Ne, guck jetzt mal, ob ich's drauf hab. Ne, weil später, das darf ich ja gar nicht vorwegnehmen, wenn du das Spiel bist, wie gesagt, 20 Jahre alt, ja. Ey, ihr wisst doch bestimmt schon längst, was die Seuche ist, von denen die Shosos hier reden. Oh, das ist auch noch ein Eintrag. Nicht vergessen. Ach komm, bevor ich den vergesse. Schnell mal skinnen. Neuer Eintrag in den Logbogen. Entzifferte Shosos in Schrift. Die Wellen negativer Energie, die der Meteorit über uns gebracht hat, übersteigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Wir Shosos haben bis jetzt nichts vermocht, ein Mittel gegen die große Seuche zu finden. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir sie nur versiegeln und auf den Tag warten, an dem eine Macht erscheint, die das Übel läutern kann. Es ist jedoch schon nicht mehr möglich, alle Teile der großen Seuche einzusammeln, denn sie hat sich tief in unsere Planeten eingefressen, wo sie sich immer weiter verhärtet. Oh, scheiße. Das ist also echt im Inneren des Planeten, Leute. So, also. Wir müssen hier... Ich muss ja so ja... Ich muss ja so ja... Ich soll ja erstmal alles kaputt ballern. So, eins. Ne, und jetzt hier ist ja auch klar. Hier muss ich einfach nur... Zack, zwei. So, und jetzt da oben rinkommen. Das ist jetzt so eine Sache. Später, wie gesagt, was ich gerade sagen wollte, kriegen wir ja den Sprungball. Dann kann ich ein bisschen hochjumpen, jetzt kann ich noch nicht springen. Deswegen muss ich jetzt... Oh, fast First Try. Okay, warte mal, das war doch jetzt einfach eigentlich. Seid doch, mega easy going. Das ist schon... Nehmen wir den schönen Raketencontainer auch noch gleich mit. Ich weiß aber noch, dass ich damals früher ein bisschen mehr Probleme damit hatte, mit so einem Bombenumsprung. Also, man kann das natürlich noch mega krass erweitern, um noch höher zu springen. Das ist, glaube ich, zum Glück nicht gefragt jetzt weiterhin mehr. Das wäre jetzt so die einzige Stelle, die mir in den Sinn kam. Aber ja, gut, okay, hat die klappt, ne? Einfach eine Bombe legen, kurz bevor diese explodiert, die zweite Bombe legen. Durch die Explosion der ersten Bombe am höchsten Punkt noch eine dritte Bombe legen. Und dann explodiert inzwischen die zweite und dann die dritte. Und zack, ihr habt es ja gerade hier sehen, ne? Jetzt aber runter, Leute, in die Magmo-Höhlen. Mir wird es nämlich langsam zu kalt hier. So. Mann, die coole Fahrstuhlmusik. Dann wissen wir auch schon ungefähr, was das beim nächsten Part so alt erwarten wird. Die Höhlen von Magmoor. Ich hätte mir niemals reingekonnt, weil es viel zu heiß ist. Natürlich noch keine Kartendaten, kein gar nix. Alles fies. Na gut, ich, äh, hab doch keine Angst vor der Höhle hier. Ähm, ähm, warte mal. Die Karte bliegt immer noch in den... Ne, bliegt nicht. Okay, gut. Gut, gut, gut. Ja, wir finden die Karte schon noch irgendwann. Aber erstmal kann ich hier irgendwas cooles scannen. Oh, die Musik geht so... Die Musik geht richtig ab, Leute. Ne. Also noch nicht ganz, Leute. Erst wenn die Lava richtig in die Luft steigt, dann geht es richtig ab. Wow, 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 wow. Komm mal ab. Wir haben die Paketen, danke. So. So, Leute, ich glaube aber, das, äh, ja. Soll es erstmal hier gewesen sein. Es passt wieder ideal zum Abspeichern. Ey, wie auch jeder Speicherraum irgendwie so geil anders aussieht. Ja, voll mit der fetten Lava und alles. Und die hier lang gepumpt wird im Erdkern. Oder wofür war das gut, Leute? Was soll denn der Quatsch? Ah, egal. Das war ein cooler Part wieder. Schöne Entgiftung der Shoso-Ruin eingeleitet. Da kann man mit Recht stolz drauf sein. Ja, irgendwie. Ich bin wieder stolz, dass ihr eingeschaltet habt. Und bin umso stolzer, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid bei Metroid Prime. We must do, Leute. Dankeschön fürs Interesse. Und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.